Aus Gegnern wurden Verbündete. Optimus, Megatron, schön sie zu sehen. Und gemeinsame Feinde wurden besiegt. Doch eine neue Bedrohung wartet auf die Transformers. Etwas viel Schlimmeres. Transformieren! Der Kampf um die Freiheit geht in die nächste Runde. Bin schon ein Verwitz! Mit den neuen Folgen von Transformers Earthspark. Nächsten Samstag 15.30 Uhr bei Nick und im Stream bei Paramount+.